Der ist gefallen, wer macht hier die Pace, wer macht hier den Sieg unter sich aus, das finden wir dann. Nutz das Ardinghaus und Elias Wiegel, dann auf der Treib, abwarten noch, Fimfanker Schampsen, aber da ist noch einer mit im Spiel. Fimfanker Schampsen, jetzt so gefallen, auf Platz 4. Fimfanker Schampsen, jetzt so gefallen, auf Platz 3. Vorne weg kommt er, Lust das Ardinghaus, oh ein Sturz. Lust das Ardinghaus, auf ein Fimfanker Schampsen, der jetzt Lust das Ardinghaus, aber beim 3, auf Platz 2. Vorne weg kommt er zum Aufschrei, die 5 zu 5, Jakob Lenger.